Meine lieben Roadtruckers da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück hier aus dem sommerlichen Alaska. Aktuell plus 14,5 Grad, das ist ordentlich, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben hier beim letzten Mal den Müll hergebracht. Das war wieder so eine mega lange Tour, aber hat sich gelohnt. Kam wieder ordentlich was an Kohle rein. Und wir wollen heute mal weitermachen und unseren Scheibenwischer reparieren. Aber erstmal gehen wir hin, gucken mal was er hat. Und er hat Gummi, recycelte Metalle, aber guck mal da, 41 Meilen, das lohnt ja gar nicht, das Ankuppeln. Gut dann, Gummi, Alaska Tire Industries. Wir nehmen das mal an. Okay, das steht da hinten, ne? Okay, warte mal, lass mich mal entgucken auf der Karte. Wir fahren hier lang. Ja, guck mal, hier ist sogar, hier ist sogar eine Werkstatt. Okay, warte mal. Das können wir doch verbinden mit dem Scheibenwischer, oder? Dann fahren wir hier runter, machen den fertig, kommen dann zurück und fahren hier hin. Klingt nach einem Plan, so machen wir das. Gut, aber ich muss was essen, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe, ja, ich habe noch ein Lachsfilet drin. Das hatte ich mir letztes Mal noch schnell in die Tasche gepackt. Das hauen wir uns mal eben rein. Yummy, yummy, yummy. Geschlafen hatte ich nach der letzten Folge. Das heißt, wir können den Motor an. So. Dann holen wir uns das Gummi, oder? Müssen wir mal hinten auf den Parkplatz rauf. So. Mal schauen. Ja, da steht es. Fahren wir rückwärts ran. Zack. Das passt soweit. Dann einmal Schloss. Kurbel, kurbel. Genau, bis es Plong macht. Dann wieder die Kabellage. Dürfen wir nicht vergessen. So. Den roten müssen wir auch noch ran machen. Zack. Siehste, perfekt. Dann können wir wieder rein. Handbremse lösen. Und los geht's. Schade. Ich hätte gedacht, man sieht das Gummi. Irgendwie. Aber nee. Ist abgedeckt. Ich meine, gut hat geregnet, ne? Aber... Oder regnet immer noch. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Mir fehlt jetzt noch so diese Option, wie man die aus anderen Spielen kennt, wo du dann quasi den Anhänger zu- und abdecken kannst. Das wird hier noch fehlen. Dass man auch mal sieht, was man da transportiert. Das wäre toll. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Wir cruisen erstmal los. Scheinbücher an. Und dann läuft das. Aktuell 405 Meilen, die wir fahren müssen. Und das Wetter hat sich nicht großartig verändert, ne? Es sind immer noch 14,5 Grad. Es steht da zwar, dass es trocken ist, aber es stimmt nicht. Es regnet gerade. Das heißt, da wird dann sehr wahrscheinlich bald stehen, dass es nass ist. Aber das ist in Ordnung. Da können wir mit leben. Wir sehen es ja. Wir haben aktuell Gummi geladen. Wir fahren nach Alaska and Tire Industries. Ich glaube, da waren wir auch schon mal. Sollen wir mal gucken, ob wir den Ort wieder erkennen. Und wir haben noch 8 Stunden 50 Minuten dafür Zeit. Also eigentlich mehr als genug. hier fahren wir ein bisschen vorsichtig. Regen wird auch mehr, wie man sieht. Ei, 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 ei. Ja, ich hoffe, ihr habt euch eine schöne Limonade oder eine schöne Brause oder vielleicht sogar ein Eis besorgt. Denn es ist aktuell hier bei mir sehr, sehr heiß. wir kriegen heute bis zu 31 Grad. Ich habe jetzt eben, als ich von der Arbeit gekommen bin, nochmal geguckt. Wir sind jetzt bei 27 und Hitzewarnung und das ganze Gedöns ist auch schon raus. Ja, ich kann nur sagen, vier trinken. Passt auf euch auf. Man unterschätzt das immer ganz schnell. Cremt euch ein. Ist auch wichtig. Hautkrebs und so ein Scheiß. Das wollen wir alles nicht haben. So, guck mal. Wetterstatus hat sich auch aktualisiert. Straßen sind nass. Steht da jetzt auch. Finde ich gut. Dann passt das also. So, wir fahren Richtung Garkona. Das ist der nächste Ort dann sehr wahrscheinlich, wo wir durchkommen. Bin mal gespannt. Und wir fahren wieder Richtung Südwesten. Ist aber okay. da habe ich jetzt kein Problem mit. Tanken müssen wir eventuell nochmal. Müssen wir mal gucken, wie weit wir damit kommen. Was ich halt auch witzig finde, das kommt mir gar nicht so vor. Wenn ihr mal guckt im Tacho unten. Wir sind mit diesem Truck schon 3.437 Mal hingefahren. Das ist Wahnsinn, ne? Wie schnell das doch geht. Bremsen. Bremsen. Ja. Kommt aber nichts. Polizei steht hier auch links. Die wollen nur gucken, ob ich mich an die Verkehrsregeln halte. Aber ich bin nicht zu schnell gefahren. Also kein Strafzettel, Leute. Edgy bitch. Ich hatte jetzt übrigens noch mal bei mir in der Spielebibliothek geguckt. Also ich habe ja hier eine Regale mit meinen ganzen Gedöns und ich habe tatsächlich mir mal irgendwann Truck Driver für die PS4 gekauft. Ich weiß nur gar nicht mehr, ob das gut war oder nicht. ich müsste das noch mal testen. Das war irgendwann mal zu Weihnachten im Angebot und oder ich habe es sogar geschenkt bekommen. Das kann auch sein. Zu Weihnachten glaube ich. Habe das dann auch mal gespielt, aber ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das ein gutes Spiel ist oder nicht. Oh, Bremsen. Jawohl. Und es geht bergauf. Oha. Ja, das ist ordentlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Und zack, hört der Regen auf. Lustig. Als hätte jemand auf den Knopf gedrückt. aber ich muss schon sagen, mir macht das Fahren im Regen irgendwie Spaß. Ich finde das voll schön irgendwie. Ich weiß auch nicht. Beruhigend. Vor allem, wenn nicht so viel los ist. müsste man jetzt irgendwie noch die Motorengeräusche ein bisschen leiser machen und dann irgendwie so richtig spannende Musik anmachen, weißt du. Wobei, nee, wäre nicht gut, weil dann würde ich wieder einschlafen. Hätte ich wieder Sekundenschlaf. Das wollen wir ja nicht. Oder ich stelle mich einfach irgendwo auf den Parkplatz. Lass den Scheibenwischer an. 45 Minuten Folge nur mit Regen, ohne Fahren. Und im Hintergrund dudelt irgendeine Entspannungsmusik. Was nennt man denn Truck ASMR? Das klarrt auf. Der Regen ist bald weg. Guck mal. Das täuscht, wenn man da aus dem Cockpit guckt. Regnet zwar noch leicht, aber das ist eher Nieselregen als alles andere. So, wir müssen hier hinten links, ne? Ja. Stoppschild. 21, 22, 23. 22. So, Blinke aus. Und weiter geht's. Guck mal, die Hälfte haben wir schon, ne? Und wir sind wieder gut unterwegs. Wir haben gleich Halbzeit. Das passt. So muss das sein. So. So. So, was steht da oben? Glen Ell. Alles klar. Sehr gut. Dann fahren wir nach Glen Ellyn. Aber ich sehe schon, wir sind nur kurz hier. Wir müssen hier vorne rechts rum. hinter dem netten Polizeiauto. Ne, wir fahren hier tanken. Wo wir gerade hier sind. Können wir ruhig eben machen. Ich kann mich gerade nur nicht entscheiden, welche Zapp sollte ich nehmen. Das war jetzt eine spontane Entscheidung. Das war nicht geplant. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir die auch mitnehmen. So. Motor aus. Machen wir eben. Komm. Die letzte Tour hat ordentlich Sprit geschluckt, ne? Da war war ja ordentlich der Verbrauch. Aber waren auch wieder ordentlich Meilen, die wir da abgerissen haben. Das bleibt halt nicht aus, ne? Deswegen dauert das tanken heute ein klein bisschen länger. lasse laufen. Lass laufen. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Danke. Ah, ich hole mir noch mal einen Energy Drink. Warum nicht? Moinsinn. Wo haben wir ihn? Da. So. Können wir schon mal einen trinken. Dann haben wir noch einen in Reserve. Kaffee gibt's heute nicht, weil zu warm. so. Motor an. Weiter geht's. Auch ein schönes kleines Dörflein hier, ne? Mag ich irgendwie. Speed Limit 25, mhm. Gut, dann wollen wir mal nicht zu schnell fahren. Ja, auch wieder Einkaufsladen. Last Frontier. Ich glaube, das ist so der Gegenpart zu Walmart, ne? Hm. 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 Jo, jetzt dürfen wir wieder. 55, baby. Machen wir. Und wir fahren Richtung Parma. sehr schön. Hier geht's auch wieder leicht back up. Kommen wir wieder auf Geschwindigkeit. Jo. Jibbi. So, Achtung, Kurve. Lieber nicht zu schnell in die Kurve fahren. Jawohl. Und es ist wieder wärmer geworden, sehe ich gerade. 15,3 Grad plus. Nicht schlecht. So, ich mach mal Scheibenwischer aus, ne? Eigentlich dürfte da jetzt nichts mehr passieren. Oh, Bremsen. Ach, die Kreuzer. Ja. So, steht da. Parma. Und irgendwas anderes. Das konnte ich jetzt gerade nicht lesen. Aber das macht nichts. Jo. Sehr schön. Und jetzt geht es wieder nach oben. Das ganze Gelumpe-Hochs, das gute Gummi. Ja, ja, Gummi bringt der Brummi. Passt irgendwie. So, wieder Kurve. Aber ich glaube, hier brauche ich nicht bremsen. Das passt. Schöne breite Straße. Und wir sind in Parma. Jawohl. Da haben wir gleich eine Ampel. Mal gucken. Schaffen wir die? Oh. Nein. Ja gut, jetzt ist es auch egal. Hat keiner gesehen. Ich bin voll in die Bremse rein, aber das Gewicht, das drückt mich halt trotzdem über die Ampel. So. Aber zumindest stehen wir mal richtig auf der richtigen Spur hier. Da muss ich mich auch dran gewöhnen, hier an diesen rechts-only-Ding. So. So. Und dann kommen jetzt die letzten 77 Meilen. Geil. Da sind wir gleich schon da. So. Hier müssen wir ein bisschen bremsen. So. Komm schon, komm schon, du schaffst es. Kommt nix. Ziehen wir rüber. Willow und Trapper Creek oder so. Kommt der jetzt? Ja. Ne, Vasilia. Nicht Willow. Vasilia. Ich verlesen gerade. So. Hier ist Speed Limit 25. Weil die hier jetzt alle rüberkommen, ne? Ja. Er bleibt schon wieder stehen. Da hab ich immer Angst, wenn ich sowas sehe. Ne? Wir erinnern uns. Boah. 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 Der gibt aber auch Stoff hier. Boah. Was macht der denn? Bremst du nicht? Du verrückter Typ, ey. Bremst mich ja aus. Habt ihr das gesehen? Die sind alle verrückt hier. Die sind alle verrückt hier. Ja, der kommt wieder rüber. Boah. Boah. So. Jawohl. So, wo soll's denn hin? Oha. Na, dann nehme ich lieber das hier. Schön neben Büro. Einmal schön rückwärts rein. Zack. Motor aus. Mal eben abkuppeln hier den ganzen. Krams. So, Stützen raus. Danke. Kabelage wieder ab. Nehmen wir den roten zuerst. Rinn in die Dose. So, und dann den grünen noch. Flop. Kabel getrennt. Jawohl. Und dann geben wir den Auftrag ab. Tagchen, euer Gummi ist da. So, Aufgabe erfüllt Gummi nach Alaskantia Industries. Schwierigkeit Mittel. Ankunftszeit nach 5 Stunden, 5 Minuten. Frachthaltbarkeit 100%. Parkpräzision 5. Ruf 5 Sterne. Erfahrung 178. Zahlung 3.291. Und den Parkbonus von 600 gibt's wieder obendrauf. Macht 3.891 Dollar. So, dankeschön. Gut. Auftrag abgeschlossen. Ich werde jetzt hier keinen neuen Auftrag annehmen, denn wir wollen ja zur Werkstatt, ne? Und die ist da. Oder haben wir hier hinten noch irgendwo eine in der Nähe, die ein bisschen näher ist? Nein, haben wir nicht. Gut, dann nehmen wir die hier. Truck and Heavy Duty Equipment Repair Valdez. Boah, das ist ja fast so weit wie der Auftrag eben, ey. Krass. Naja, nützt nix, ne? Fahr'n wir hin. Da kommt nix. Sehr schön. Und jetzt müssen wir hier vorne wieder links rum. Der lässt mich, oder? Lässt der mich? Ja, danke. So, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Aber auch das kriegen wir hin. Das sind ja in Anführungsstrichen nur 300 Fahrzeig an Meilen. Das sollte jetzt nicht ganz so lange dauern. Ja, hier ist wieder das Speed Limit. Ja, hier ist es so lange dauern. Und jetzt können wir wieder hin. Das ist gut. Jawohl. Das Gute ist, wenn wir da bei der Werkstatt sind, können wir von da dann auch in der nächsten Folge wieder einen neuen Auftrag annehmen. Die haben bestimmt wieder was Cooles. Und er möchte rechts rum, ich möchte links rum. Das passt. So. Gut. Ich werde aber nur die Scheibenmischer reparieren und eventuell die Reifen, weil ich denke, das andere kann ich alles selber machen wegen Mechanik, glaube ich. Das wäre ja Quatsch, wenn ich das machen lasse. Kostet ja auch Geld. Und es gehen uns Punkte flöten. So, Ampel rot und grün. Jawohl. Super cool. Fahren wir direkt wieder rechts rüber. Die linke Spur frei. Nein. Verdammt. Habt ihr nicht gesehen? Ich habe gedacht, ich schaffe das, aber... Nee. Leider nicht. Zum Glück keine Polizei in der Nähe. Das wäre teuer geworden, glaube ich. Das wäre auch noch was, ne? Dass man, ähm... Wenn man... zu viele Strafzettel oder so bekommt, dass es dann Fahrverbot gibt. Wo man dann quasi, äh, in der... in der Dings hockt. In der Basis, im Hauptquartier. Und nichts machen kann. Das wäre auch ein cooles Feature. Irgendwie. Ach ja, Kollege. Hallo. Möp, möp. So, hier geht's wieder leicht nach oben. Oh. Ja, mein Sound hat sich wieder aufgehängt. Danke. Ja. Gut, wir fahren gleich mal eben rechts ran. So. Boah. Einmal zurück zum Hauptmenü. Ui, 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 ui. Das ist aber eklig. Hat mir jetzt auch schon öfter, ne? Diese Soundprobleme hin und wieder mal. Aber es geht wieder. Nichts passiert. Truck ist heile noch. Fahren wir weiter. Moin, Zen. Moin, Zen. Ah, da kommt gleich der nächste Kollege wieder. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber es ist wieder ein bisschen kühler geworden, guck mal, nur noch plus 11, wir waren schon bei 15. So, man muss nicht ganz so schnell fahren, ne? Wenn die vor uns bremsen, das könnte sonst wieder kritisch werden. Glen Ellyn, jawohl! Na, wann kommt das Schild? 55, bitte! Ne, immer noch nicht. Ne, hier ist auch noch eine Kreuzung, ne? Ach, guck mal, wir müssen nach vorne sowieso rechts abbiegen. Na dann. So, wo wollt ihr denn lang? Okay, der fährt rechts und er auch rechts. Zack. Jetzt können wir aber wieder Gas geben. Jo, weil der ist, da wollen wir hin. Da ist die Werkstatt, die wir brauchen. Da ist die Werkstatt, die wir brauchen. Und es wird immer kühler. Oh. 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 So. Ah, hier können wir schön rollen lassen, ne? Ja, kleine Linkskurve. Ah, fahren wir den schwarzen. Der Autofahrer, dem schwarzen Pkw vor uns, fahren wir schön hinterher. Der denkt bestimmt auch, er wird verfolgt. Wie in diesen amerikanischen Horrorfilmen, ne? Wo auf der Landstraße auf einmal plötzlich ein Lkw kommt und Lichthupe macht und ganz dicht auffährt, ne? Und dann immer hier so. Ja, ja, kennen wir alles. So. Muss ich hier schon rauf? Ja. Einmal hupen. Jawohl. Dann lass uns mal gucken. Verstehe ich nicht, ne? Guck mal. Scheibenwischer haben bei mir 93%. Ich kriege aber die Meldung, dass sie komplett abgenutzt sind. Die wollen mich auch veralbern, ne? Für 300 Euro, ey. Was ist denn das für ein Stundenlohn? Dauert zwei Sekunden, die Dinger zu wechseln. Batteriefederung, Ölwanne. Ja, Motor, ne? Da ist es ein bisschen... Hm. Aber nein, wir machen nur das Nötigste. Hier den Scheibenwischer. So. Und wir haben die Meldung immer noch. Richtig? Aber warum? Das will ich jetzt wissen, ne? Scheibenwischer ist bei 100%. Wenn ich alles mache? Ich will das eigentlich nicht, aber ich hoffe, dass es dann weggeht. Warte mal. Nö. Passiert gar nichts. Das ist ja kurios. Das ist echt kurios. Da weiß ich schon wieder nicht, was ich davon halten soll. Ich stelle mich mal hier hin. So. Zack. Machen wir jetzt erstmal den Motor aus. Licht aus. Und dann werden wir jetzt erstmal hier ein bisschen pennen. Meine lieben Freunde. Hat leider nichts gebracht mit dem Scheibenwischerwechsel. Falls ihr da einen Tipp oder einen Trick habt, wie ich diese Meldung da wegbekomme. Lasst es mich gerne wissen. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Und ansonsten. Haben wir heute Gummi gemacht. War in Ordnung. War eine schöne Tour. Gab wieder ein bisschen Geld. Und Erfahrungspunkte. Ich meine, wir können auch mal eben gucken. Wie es aktuell aussieht. Und hier beim Lkw fahren wir. Ja, guck mal. Wir sind bei. Beim Lkw fahren. Da fehlt nicht mehr viel. Kurz vor Stufe 6. Persönlichkeit. Ja, das dauert noch ein bisschen. Aber hier, mechanisch. Haben wir bald was Neues. Und dann können wir die Reifenwerkstatt machen. Das ist cool. Freue ich mich drauf. Gut. Aber für die heutige Folge soll es das gewesen sein. Ich bedenke mich wie immer recht herzlich für eure Zeit. Und wünsche euch ganz viel Spaß. Und allzeit gute Fahrt auf euren eigenen Touren. Wir sehen uns bald wieder. Und dann geht es hier weiter in wunderschönen Alaska. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer. Tschö. Mit Öl. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Vielen Dank.